Guess who's back? Ich bin's mal wieder. Heute nochmal ohne mein Gesicht, denn ich möchte euch heute nur einen kurzen Tipp geben, der mir letztens mal wieder eingefallen ist. Und zwar habe ich eine Zeit lang, das ist jetzt schon was her, mir gerne Fake-Tattoos gemacht, wenn ich zum Beispiel weggegangen bin oder so, weil ich das teilweise ganz cool fand, vor allem so Tattoos auf den Händen, aber mir selbst niemals ein Tattoo stechen lassen würde. Und ich habe gedacht, das kann ich ja mal an euch weitergeben, vielleicht hilft es ja dem einen oder anderen. Und zwar habe ich erstmal dafür gesorgt, dass die oberste Hautschicht, das heißt so lose Hautschüppchen und auch kleine durchsichtige Härchen auf der Haut weg sind. Und dafür benutze ich immer solche, ja, Gesichtsrasierer, die sind eigentlich für die Augenbrauen gedacht, glaube ich. Und danach nehme ich mir einen Eyeliner. Am besten ist es, wenn ihr einen wasserfesten Eyeliner nehmt, dann ist das Ganze auch zu 100% wasserfest. Aber selbst mit einem nicht wasserfesten Eyeliner kann das Ganze einigermaßen wasserfest werden. Und dann zeichnet ihr einfach euer Design, was ihr haben möchtet, auf eurer Hand. Ich habe hier mal eine Krone gewählt und gleich seht ihr auch noch, wie ich ein Wort auf meine Hand schreibe. Das Ganze wird dann am Schluss abgepudert. Dafür könnt ihr ein durchsichtiges Puder nehmen, einfach so ein Kosmetikpuder. Oder ihr könntet auch ein normales hautfarbenes Puder nehmen, wenn ihr nur das da habt. Und im Notfall könnt ihr sogar Mehl nehmen, um das Ganze abzupudern. Hauptsache es ist ganz trocken. Und danach ist das Ganze wasserfest. Wenn ihr euch vermalt habt, könnt ihr übrigens auch mit einem ganz normalen Make-up-Entferner das Ganze wieder entfernen. Und das ist eben das Gute daran. Das heißt, wenn das beim ersten Mal nicht klappt, euer Schriftzug oder was auch immer, könnt ihr es halt sofort wieder ausbessern. Und ja, sobald es dann abgepudert ist, könnt ihr das wirklich unters Wasser halten und auch danach abtrocknen, wenn ihr die Hand vorsichtig abtrocknet. Also ihr dürft dann nicht reiben, sondern nur tupfen. Und dann hält das Ganze, ja, unterschiedlich. Ein, zwei, drei Tage. Und ja, ihr könnt es jederzeit wieder abmachen mit Make-up-Entferner. Das war es auch schon von diesem Video. Nur ein kleiner Tipp von mir am Sonntag. Abonniert gerne meinen Kanal, wenn ihr es noch nicht getan habt. Wir sehen uns dann wieder in meinem nächsten Video am Mittwoch. Ich freue mich. Bis dann. Ciao. 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 Untertitelung des ZDF, 2020